So meine Damen und Herren, bei uns geht es gleich weiter. Und zwar, ich weiß, davon gut hat will, die Frau Bürgermeister gibt mir gern frei in den Gemeindemannentagen. Aber schließlich von endlich, noch glaube ich hin und her, hat es unserem Stadtrat Franz Holzer dort freigegeben. Und er gibt sich jetzt auf Urlaub. Mit Frau, ohne Frau. Hört sich selbst. Stadtrat Franz Holzer wird auf Urlaub. Stadtrat Franz Holzer Grüß dich. Ich weiß nicht, wie du Schatzlein hinter Urlaub hast. Ich will Gott sei Dank durch, ich habe wohl ein Blitz verschieben. Habt ihr es auch gemacht? So was geguckt? Ja, also interessant, ich bleibe auch viel lieber im Züge. Da kenne ich ja auch was. Auf Balkonen, Terrassien. Ich kann ja im Hofenböcke eine Leberkasse essen. Da in einem schartigen Kasskasten selbst am Sprechsen trinken. Ja, das war ja mir persönlich am liebsten. Ja, aber Sie! 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 In den Süden, in den Süden fahren wir nach oben in den Süden. Ich bin so deppert als Hartz. Das ist das ganze Geld Nummer 1. Wir sind in den Süden und wenn es Hartz ist, dann schweiz ich ganz einfach. Also wenn ich in den Tranz... Also ich schweiz. Ja, wenn ich so schweiz, schweiz. Und dann ist im Hotelzimmer gewesen. Die Dusche. Badezimmer, ne? Gestehen ins Badezimmer, siehst du das Duschchen. Alter, ich hab auch was nicht so deppert und ganz. Oder Duschen? Gut. Die Dusche war so gern. Und dann ist es auch vorgekommen. Du musst rückwärts rausziehen. Und das aufheben kannst. Na gut. Noch ein bisschen freundlicher Duschen. Ich hab den Duschvergang nach 2 Minuten abbrechen müssen. Weil ich hab halt die Dusche abgedichtet, ne? Meine Frau nicht. Die war der Sohn. Und soll er blühe und ob ihn noch aus der Dusche? Steckt ein wenig Blühe, ne? Soll ich wieder da rein sein müssen? Soll ich wieder da rein sein müssen, dass es ist? Was ist das? Hau mal. Gut. Ja. Und wenn wir schon im Süden sind, sagen wir Sie natürlich, müssen wir Aquapack fahren. Aquapack. Wisst du was Aquapack ist? Was ist das? Was ist das? Wieder ein Haufen von Leuten. Aha. Da kannst du nicht gut hingehen, was du willst. Nein. Da willst du mit der Masse hin. Und dann sind viele Rutschen. Die Leute sind schon zusammen. Und sie hat sich der Rutsche ausgesucht. Da kommen wenigstens Leute. Und dann sind die Rutsche ausgesucht. Ich gehe natürlich damit mit dir. Und wie ich dann am Schiff war, habe ich lese. Ka-mi-ka-ze. Hallo Schatz! Weißt du was? Tut er noch das Hose an? Jetzt kann ich schon alles schrecken. Und dann ist es so ein Ding, weil du ein gescheites B**** kriegst. Ich kann nicht sagen, wie er auch vorhören, mein Geh. Eins, Zwei, Drei, wussch! Zwei, drei, wussch, das war so ein Schluss. Der erste Kur thingshow hab ich es aber gesehen. Zehn bis jetzt hast du den Letzter überbohm. Ich war hinterher. Ich bin dann. Mein they were all. Der hat uns're the game at your set. Ja, wir können auch ein Wartob-Sie. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Und nächstes Jahr gehst du so, dass du spazieren gehst am Teich, und nimmst kein Loch und steig und plass dich rein. Und am fünften Mal gehst du die Sonne vergangen. Ah! Und diese Metallbüge auch noch. Das ist ja nicht so. Wo war der? Und die haben sich nicht mehr ausgedrückt. Und die Männer, die dann noch ankommen. Ja! 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 Aber hier ist es so, wie die Ursprache gekommen ist. Wenn ich wieder so zurückgehe, dann tut es schon, ich habe diesen ganzen Akupack geschickt. Und vielleicht ist es doch gescheit, dann haben wir einmal daheim, auf Balkonen oder Terrassen, bleiben wir in Köln, gehen wir wirklich in den schattigen Gastgarten und lassen Sie sonst daheim gehen. Aber für alle anderen, die Schwule gebucht haben, wünsche ich natürlich einen schönen Urlaub!